Hi, das ist ein kleiner Lava Vlog und ja, ich fahr bald in den Urlaub und deswegen, ja, wollte ich euch das nur mal schnell sagen, dass da erstmal keine Videos kommen, also bis zu drei Wochen und das war eigentlich die einzigste Bitte, es kommen heute umso mehr Videos dafür dann und dann wollte ich euch nur sagen, ihr könnt mir ganz, ganz gerne, freue ich mich über total nette Kommentare, mir haben schon zwei YouTuber total nette Kommentare geschrieben, aber was ich nicht annehme, sind Hater, also das ist total scheiße. Ich nehme zwar Kritik an, also normale Kritik, aber Hater, mhm. Das war eigentlich schon alles, weil, ja, ich hab dazu eigentlich nicht mehr zu sagen, also, ciao!